Geil ist mega stylisch Herzlich Willkommen Leute zurück zu Street Fighter 5 geil ist da und wir spielen hier gerade ein geiles Miro Match und Und während des Kampfes dachte ich mir hey komm das kann ich doch auch gleich mit aufnehmen weil es hat mir echt super viel Spaß gemacht Schauen wir mal wie das gegen ihn hier so läuft den ersten Kampf hat er gewonnen deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen uns ranhalten Aber so schlecht haben wir uns gar nicht geschlagen geiles neuer Charakter also kennt man natürlich schon aus der Serie Ist ein Charger also eigentlich der Defensiv Charakter schlechthin in dem Spiel wir spielen uns hier bei den relativ offensiven geil Was ich aber ziemlich nice finde und ich versuche gleich ein bisschen besser drauf eingehen zu können Oh jetzt kommen wir die Sonic Booms Oh das war gut dass er da nen Flash Kick gemacht hat Aber das können wir auch Erstmal hier ein paar Sonic Booms auf Blockdown Oh yeah Sack Razor Blades Geiles mega stylisch Wow Was ne Runde ey Hier wurden Sonic Booms geschmissen Wir liegen zweimal noch ein Match hinten aber das hat Spaß gemacht Ich hoffe ihr habt Bock auf Street Fighter ich hoffe ihr habt da noch Bock auf Pocken Möchte jetzt auch wieder aufnehmen jetzt am Wochenende kommen wir wieder dazu Und ja Würden wir auf jeden Fall freuen Das haben wir gut kassiert Da wollte ich kein Sonic Boom an die Runde geben weil es gerade ab Da hätte ein Flash Kick durchkommen sollen Erstmal wieder ein paar Speaker Booms Ahhhh Jeb Jeb Kleiner Walk Forward Grab Da hatten wir zwar noch ein bisschen Damage gemacht aber es hat uns hier nix gebracht Jetzt muss ich schauen dass ich ihn nicht direkt am Anfang random soup abbekommen Beim Vorwärts gehen nicht so einfach Da habe ich extra einen kleinen Cross Under hingelegt Na jetzt sind wir Ja alles klar Flash Kick aber es war nur der normale Flash Kick leider Ok dasselbe habe ich gerade auch gemacht Das können wir aber auch wieder Das war nice Schön Erstmal Chip 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 wir sind ja hier ein bisschen auf uns Wir haben ja gerade ein bisschen die Zeit auf unserer Seite Chip Nein Oh shit Was ein Fight Ach du heilige Scheiße war das knapp Was ein geiles Mirror Match Es steht aber erst 1 zu 1 das heißt wir müssten nochmal ran Und ich glaube ich hätte sich hier nochmal schlagen kann aber Das war mega spannend Es war geil gegen geil Es war echt ziemlich laut Ich bin noch nicht ganz so gut mit den Kombos Natürlich nicht Mir fehlte noch ein bisschen das Training Ich wollte aber einfach mal ein bisschen gezocken Und dachte mir komm dann zeige ich euch jetzt einfach Das Match ab und ja Wollen wir einfach mal ne Just for fun Hier eine geile Eine geile Runde Da hat er mich jetzt aber richtig dran bekommen Oh Oh nice Aber da geht der natürlich auch nicht durch War mir klar Ja Flash kick Johnson hier Okay da packt er Oh 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 Na Da dachte ich komm ich von der Range her hin Der High Kick hätte nur treffen müssen In seinem V-Skill Letzte diese Razor Blades Die hier Und mit seinem V-Trigger Kann er mehrere einfach Oh hier im Das hat er gut gemacht Das war gar nix Aber da hat er Gott sei Dank auch nix rausbekommen Wow Dass er da ein Air-to-Air rausgehauen hat weil Was klar IXL Er hat jetzt keine X-Balken mehr Alles klar Ich kann hier Die Hälfte Ich weiß jetzt nicht Ich weiß ja Ich kann hier Ich bin Ich kann hier Und Und Ich sollte hier Und Ich kann hier 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 Das war's. Da habe ich einen Fehler gemacht. Mann, Mann, Mann. Charger ist echt nicht einfach. Zehnkämpfe haben wir verloren. Aber wir suchen einen neuen Gegner. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Viele Fehler hier mit einem Charger mit geil gemacht. Aber wie gesagt, sind auch die ersten Matches. Hoffe trotzdem, dass es euch soweit gefallen hat. Wir schauen mal gleich, was wir jetzt noch finden. Wahrscheinlich jetzt erstmal keinen geil mehr, aber mal schauen. Bis gleich. Wir haben einen neuen Gegner gefunden. Und zwar einen Ryu-Spieler. Einen deutschen, Level 388. Heilige Scheiße. Der hat schon viel gezockt. Aber mal schauen, wie das so wird. Ryu ist jetzt auch noch unsere härteste Challenge. Natürlich, Ryu ist immer die härteste Challenge. Die einfache Bastion, sozusagen. Und es lädt schon wieder sehr, sehr lange. Was wahrscheinlich wieder auf einen Playstation-Spieler hinweist. So, mal schauen. Geil. Gegen Ryu. Speak-Booms. Ja, das ist nicht saved. Und weiß er, natürlich weiß er das. Es ist ein Shoryuken. Ein Shoryuken. Oh, da hat er beim zweiten Mal aufgehört. Konzentration. 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 Das war gut. Und da kommt der Overhead. Da haben wir dann nicht gerechnet. Ja, wir spielen mit vielen Sonic-Booms. Oh, ja, das war gut. Max, Damage. Wake-Up. Wake-Up. Haben wir erstmal einen Flash-Kick parat. Das ist zu weit weg, um das wirklich gut zu confirm. Da habe ich daneben gepackt. Oh, das war ganz fail. Machen wir mal unseren Wake-Up-Jab. Oh, Hadouken ist eigentlich nicht safe. Genau. Da müsste nur die Distanz stimmen. Oh, alles klar. Ja, ja, ja. Okay, okay. Da hätte er jetzt einen EX-Flash-Kick vielleicht machen können. Das wäre auch unsicher gewesen. Da hätte ich einen Balken verloren. Jetzt mal schauen. Ryu. Okay. Wir machen erstmal einen kleinen Damage. Ja. Da muss er schauen. Bazooka-Nie. Okay, auf die... Also bei Quick Recovery. Nicht optimal. Wie gesagt, zu weit weg, um es wirklich zu confirm, wenn du es auf die Distanz machst. Okay. Er macht keine Anti-S. Oh, da wollte ich hier einen kleinen Low-Punch-Confirm bringen. Das kann er confirm. Ja. Oh, hat er eben so eine Combo parat? Ich bin gleich gesunt. Er landet nicht drin. Oh. Er hat es nochmal gedroppt. Er hat es nochmal gedroppt. Indem er mich einfach aus dem Stump gehauen hat, ohne mich zu töten. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ich hatte meine Wake-Up super trifft ihn. Aber wir schauen mal, ob wir auch hier einen Rematch zusammen bekommen. Kriegen wir mit Geilgrad zwar ein bisschen auf die Fresse, aber es macht Spaß. Aber es macht Spaß. Ja, ja. Liga-Abstieg ist mir relativ egal. Ich spüre Hauptrecht auf der Playstation. Aber am PC ist halt aufnehmen einfacher. Und hier kann ich halt alles ohne Probleme testen. Hat er ein Rematch gemacht? Ja, wir wollen nochmal. Alles klar. Das war zu weit. Schön, dass er den B-Trigger aktiviert hat. Oh, das war gut, dass er da den B-Trigger aktiviert hat. Tatsumaki. Tatsumaki. Ja. Leichtes Corner-Pressure. Ja, das hat wenigstens funktioniert. Ja. Oh, Low Punch into Mid. Das geht nicht mehr. Das war eine Street Fighter 4-Kombo. Ja, das hat von der Distanz her wieder gepasst. Zum Confirm. Das war eine Street Fighter 4-Kombo. Ja. Das Match haben wir doch gut genommen, yeah. Jetzt können wir noch eins machen, um das Best of Three zu entscheiden. Aber ja, geil. Ist schon mal ganz gut geschlagen. Schöne Spickeboos. Ja, ja, Liga-Aufstieg. Auch egal. Let's go. Komm, mach noch eins. Jawohl, nice. Sehr cool. Uri-san. Round 1. Und auch Orly-san. Nice. Aktion. Aktion. Out. Okay. Sure, you can. Das macht er gut. Das war richtig mit dem Sweep. Ah, da ist er rausgehüpft. Aber da nehme ich dann lieber doch noch den Flashkick in Kauf, denn selbst wenn den geblockt hätte, hätte ich verdient die Runde verloren. Somit hatte ich es da einfach riskiert. Ich wollte ihn mit meiner Super chippen. Was an sich ja auch wunderbar funktioniert hätte. Aber er ist gut rausgesprungen. So, jetzt befinden wir uns in der Ecke. Ah. Ja. Ja. Oh, was ein Battle hier wieder. Nice, mit dem Sweep da durchzugehen. Oh, das geht durch. Ah, man kann drüber springen. Das wusste ich noch nicht. Also, man kann einfach rausspringen. Es ist... Von den Frames her wird es dann über vier sein. Ich hätte es vielleicht früher machen sollen. Ah, zweimal mit Punch. Beim Konter-Hit, denke ich, war trotzdem möglich. Das habe ich versaut. Da wollte ich einen Bazooka-Nee durchbringen. Ja. Da haben wir das Bazooka-Nee. Schöner Uppercut, aber das kann ich auch. Und da sind wir wieder. Okay. Ja, alles klar. Ja. Boah, was ein Battle. Ja. Swicka-Boom. Was ein Fight. Das hat mir jetzt zwei schöne Sets. Ein Set habe ich verloren. Ein Set habe ich gewonnen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von geil zeigen. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem noch die Street Fighter Videos. Würde mich sehr über ein Like freuen. Als nächstes kommt dann wieder Pokémon Tekken dran. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.